Alle Passier, Trensen und Kandaren zeichnen sich durch eine sehr hohe Qualität der Rohmaterialien aus. Dazu gehört natürlich auch das Leder. Wie hier sichtbar am Beispiel der Trense Spirit verwenden wir ausschließlich europäisches Rindleder für unsere Zäume und Kandaren. Des Weiteren werden alle unsere Trensen mit der sogenannten Zwei-Nadel-Technik genäht. Bei allen Trensen und Kandaren kann man darüber hinaus den Stirnriemen, den Nasenriemen und die Zügelvarianten frei wählen.